Ist halt schon komisch. Jo, ähm, ab 18 ist ja im Gegensatz zu Modern Warfare 2, obwohl das auch ab 18. Naja, egal, auf jeden Fall ein super geiles Spiel. Und zum Grande Finale, vor drei Wochen gekauft, Modern Warfare 2. In der UK-Version, um es in Anker zu spielen, macht richtig Fun. Und dann, ähm, eins gegen, also eins bis vier Players, ähm, ja, für Splitscreen. Zwo bis 18 online. Online ist es echt eine Bombe. Und, ja, da war ja auch einiges los, als es mit dieser Terminal-Level-Dings da kam. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Auf jeden Fall richtig geiles Spiel. Also, ich kann Call of Duty, äh, Modern Warfare 2 und Call of Duty Modern Warfare 1 nur euch ans Herz raten, wenn ihr eine Playstation 3 habt, weil es, da geht es ganz schön rund. Jo. So, das waren jetzt so meine, ähm, Playstation 3 Spiele. Also, wenn ihr wollt, dass ich irgendwie ein Let's Play oder Gameplay mach, genau, dann könnt ihr, ähm, unten reinschreiben, in die Kommentare. Daumen hoch wäre auch nicht schlecht. Und, wenn ihr mich adden wollt, ich schreibe unten noch meinen Gamertag in die Beschreibung rein. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Ciao und bis zum nächsten Mal.